Willkommen zu einer Reise ins Mulanje Massiv. Es befindet sich im äußersten Süden von Malawi. Willkommen zu einer Reise im äußersten Süden von Malawi. Willkommen zu einer Reise im Äußersten von Malawi. Willkommen zu einer Reise im Äußersten von Malawi. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir dringen nun ein in eine völlig andere Welt, es hat nichts mehr mit dem typischen Afrika zu tun, es hängt gewissermaßen der Schweiz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Mount Zabitwa, der Gipfel des Mulansche Massivs, mit seinen 3000 Metern Höhe ist der höchste Berg in Südostafrika. Auf Deutsch heißt Zabitwa, geh nicht hin. Zahlreiche Mythen ranken sich um diesen Gipfel. Wir wählten den Zuweg über das Lucheri Estate. Nach etwa 15 Kilometern Anweg von der Hauptstraße aus kommt man zum Wasserkraftwerk der Region Mulansche. Von da aus führt ein Fahrtsteil bergauf zum Ruo-Wasserfall. Der Ruo ist der Grenzfluss zu Mosambik. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Ziem von ActiveAid in Afrika. Wiegedeckn